So, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, äh, nee, Kantei Paddle, so. Let's dance! Ja, let's dance, genau, wir tanzen alle. Nur, ihr seht es halt nicht, weil wir Tabletop Simulator spielen. Wir tanzen jetzt alle vor dem Rechner, nee. Jedenfalls, was wollte ich sagen? Wir befinden uns ja nach wie vor in einem hübschen Städtchen mit einer Festung und sowas. Wie hieß das Ganze? Hikone! Nee, ja, hab ich nach einer echten japanischen Festungsstadt benannt, um ehrlich zu sein. Ähm, äh, jedenfalls, ihr befindet euch in dieser Festungsstadt und hattet einen sehr interessanten Abend. Ähm, wer hat nochmal dem Alkohol wie sehr zugesprochen? Außer halt dem Ninja, der jetzt quasi im Stroh liegt. Geht so, aber eindeutig, äh, wenig genug. Die zwei Samurai haben kritisch gewürfelt, kritisch erfolgreich, also. Ach ja, genau. Nichts. Ihr beide habt quasi so, ihr habt gebechert und ist euch absolut scheißegal gewesen. Nach dem Motto. Würde das nicht eher heißen, dass wir halt auch unser Limit getroffen haben? Und... Kannst du auch so definieren. ...nicht drüber hinausgegangen? Also, ihr habt auf jeden Fall an diesem Abend gut, äh, was, wie soll man sagen, vertragen im Vergleich zu anderen. Insbesondere eurem äußerst inkompetenten, äh, heimlichen Begleiter. Also, der unvermummt einkaufen geht und sowas. Ja. Also, ihr seid nach wie vor jetzt noch in der Teestube. Euer Assassine ist gerade... Assassine kann man nicht sagen. Euer Schreiberling ist gerade zur Tür rausgetaumelt, nachdem er drei Geldschuhe auf den Tresen geknallt hat und behauptet, er würde damit den Laden kaufen. Was macht ihr? Ich würde... Ich würde gerne noch was essen. Ja, ich glaube, ich hatte auch, als der rausgegangen ist, noch mehr Essen bestellt gehabt. Hast du. Wurde auch gebracht. Das heißt, wir haben noch was zu essen. Ja. Gut, dann werde ich mich jetzt, äh, daran glücklich tun. Ich möchte sagen, es ist inzwischen auch dunkel draußen und, ja, also, es wird spät. Und das ist jetzt halt keine Herberge, das ist ein reines Restaurant. Aber es gibt sehr guten Tee, sehr guten Alkohol. Wo sind wir denn untergebracht? Es gibt eine Herberge. Und natürlich, die Samurai haben im Festungsbereich eigene kleine Wohnstätten. Da können sie theoretisch wahrscheinlich auch ihre Gefolge unterbringen. Also, ihr müsst nicht zwingend in einer Herberge übernachten, es wäre nur gemütlicher. Ich schau mal kurz was. Ach, nee, nicht schon wieder. Ich sehe gerade, bei mir ist wieder Verbindung richtig kacke. Ich kann halt keine Würfel mehr aufheben und sowas. Ähm, wir reden einfach weiter in der Zeit. Ich muss mal kurz wieder raus und rein bei dem... Und weh, jetzt sagt jemand dabei, höh, höh. Ja, also, äh, Kenichi würde anbieten, dass Leute bei ihm pennen könnten, aber... Ich würde das Angebot sehr gerne annehmen, da mir das doch eh egal ist, wo ich dann schlafe. Aber, eine Herberge wäre gemütlicher. Ja, das ist... Ich zwinge euch ja nicht, wir... dich ja nicht. Kannst du hierbleiben. Aber... Hier vielleicht nicht, das ist ein Restaurant, das wäre irgendwie... passend. Ja, nee, kann ich nicht. Ich kann auch nicht in eine Herberge gehen. Wieso nicht? Weil ich ungefähr null Gold in der Tasche habe. Und dann kann ich dir ja etwas Geld leihen, wenn du lieber in einer Herberge schlafen möchtest. Das, was mein Herr mir sagt. Und ich gucke dabei Kenichi an. Seit wann bin ich dein Herr? Von Anfang an. Okay, gut. Ähm... Haben wir vergessen. Deine Wahl, du darfst das gerne annehmen. Äh, Benni bitte kurz umstellen, weil... Ja, ja, ja. Nein, dann gehe ich lieber mit Kenichi. Wenn der nicht in eine Herberge geht, dann gehe ich auch nicht. Hm. Dann machen wir uns uns eben da gemütlich. Also teilt ihr euch quasi auf, oder wie genau läuft das? Das ist ja nicht. Okay. Also alle gemeinsam, ich möchte sagen... Ich gehe in meine eigene Stube. Ich wollte gerade sagen, du hast dein eigenes. Domizil. Die anderen gehen zu Kenichi. Hausparty. 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 Afterparty. Gruselige, gute Nachtgeschichten. Ja, lass uns Horrorgeschichten erzählen. Ja, dann morgen macht einer Waffeln. Schon klar, Esel. Dann können wir... Dann können wir alle nicht schlafen. Du sowieso nicht. Ja. Also wir gehen alle zu Kenichi. Ja. Außer... Okay. Ja. Außer Hayato. Hayato geht in sein eigenes Zimmer. Gut. Also ihr macht euch auf den Weg nach... Es ist natürlich ja alles schon bezahlt. Sehr großzügig bezahlt, möchte ich anmerken. Und, äh... Ja. Das wird ein Interessantes erwachen. Ja. Und... Folgendes. Hayato geht da natürlich einen eigenen Weg ab einem gewissen Punkt. Und ich denke, das ist ein guter Punkt für eine kleine Solo-Nummer. Du kannst dein Figürchen gerne irgendwo hier auf den Plan stellen und meinetwegen ein bisschen vergrößern. Ich muss kurz das Bestiarium holen. Höhöh. Solo-Nummer. Höhöh. Wo wir schon bei rein und raus waren. Benni. Gibt's ne Solo-Nummer mit etwas aus dem Bestiarium? So, ich habe, was ich brauche. Fucking fucking silly. Also, was habt ihr denn jetzt gesagt? You gotta do what you gotta do. Was ist so, Hänka? Während ich jetzt gerade weg bin, erzähl ich dir die witzigsten Sachen oder was? Kannst du's dir in der Aufnahme machen. Eben. Ja, super. Ähm, wenn ich mich dran erinnere... Merk es dir einfach, äh, Minute, sechs Minuten und, äh, sagen wir mal, 25. Ich würde sagen, dadurch, dass ihr jetzt so unterwegs seid, dann mache ich für die andere Gruppe noch kurz, bevor wir zu Hayato springen, eine Art Zufallsbegegnung. Was heißt eine Art? Ich mache eine Zufallsbegegnung. Darf ich würfeln? Ähm, ich merke gerade, ich bin ohnehin nicht in der Lage zu würfeln. Dann würfel du. Ich muss es halt dann jetzt... Ja, es ist einfach kacke gerade. Also, ich weiß echt nicht, was heute... Also, meine Verbindung ist ja noch schlimmer als sonst. Ähm, das Problem habe ich jetzt endlich die ganze Zeit. Das heißt, diese Folge werdet ihr wahrscheinlich hauptsächlich Standbilder sehen. Ähm, jedenfalls. Wir gehen also gerade städtisch Mittelstandsviertel, sagen wir erstmal Hauptstraße bei Nacht. Ich habe hier meine schöne Tabelle. Äh, Lina, dann würfel mal einen Prozentwurf. 87. 87 ist sehr spektakulär. Nischt. Na toll. Und Lina ist langweilig, Tom. Dann würfel nochmal. 86 wäre aber interessant gewesen. Dann hätte ich da nur Gottheit. 15. Oh, Gottheit! Das gibt's. 15 sagst du. Ja, für alle. Okay, das wird jetzt schwierig zu interpretieren. Aber meinetwegen. Ähm, ich bräuchte dann jetzt... ...einen W20. Von allen? Nein, von Lina. Nein, von Lina. 4. Okay. Sorry. Dann, ähm... 1W6 mieten... Ja, bitte 1W6 einmal. 2. Okay. Dann bitte nochmal, äh, einen W20. 1. 1W6. Okay. Ja, das kann man nehmen. Ähm... Dann, äh... ...würde ich sagen, würfel mal nochmal den W6. 6. Nochmal bitte, ich brauche eine Zahl zwischen 1 und 4. Dauert einen Moment. Ich weiß gerade für... Äh, 2. Okay. Oh, das wäre... Wär's in dem Fall du. Okay. Da ist eine vermummte Gestalt. Oh Gott. Ja. Wir gehen ja zusammen, ne? Ja, in Begleitung. Aber, ähm... Ja, ihr unterhaltet euch ein bisschen. Die passen nicht ganz auf. Es ist dunkel. Der stößt kurz mit dir zusammen. Mal so ein bisschen... Passt doch mal auf. Und geht weiter. Verzeiht, der Herr. Mach mal kurz einen Intelligenzwurf. Dann sag mir nicht... Ach nee, Quatsch, nicht du. Nicht du, ähm... Ich würde sagen, Markus kann einen Intelligenzwurf machen. Ich? Ja. Ich muss mich jetzt nochmal reconnecten, einfach, dass ich wenigstens sehe, dass er überhaupt wirklich fühlt. Hat er geschafft. 33. Das geschafft. Dir kommt die Stimme bekannt vor. Du weißt aber noch nicht so wirklich, woher. Äh, sehe ich jetzt die vermunkte Gestalt? Von hinten. Hey! Bleib stehen! Wer will das? Ich will das. Und komm zurück. Ich, ich gucke den Samurai an und sag, ist schon gut, es ist nichts passiert. Und finde das total süß. Du findest den riesigen, hässlichen Kerl gerade süß. Also ich finde es süß, weil mein Charakter impliziert nämlich jetzt, dass er ihn anhält, weil er mich angestoßen hat. Ja. Wo kommt der zurück? Der biegt einfach in die nächste Gasse ein. Der biegt einfach in die nächste Gasse ein. Ja. Oh, eine Frechheit. Ja. Schon gut. Ist doch schon gut. Dann möchte ich den gerne verfolgen. Wollt ihr mich beleidigen? Also du läufst ihm jetzt hinterher, nachdem er abgebogen ist. Ja. Äh, ich würde ihm gerne verfolgen, weil man weiß ja nie, was der Samurai tut. Kann ich versuchen, den Samurai festzuhalten? Äh, du kannst das gerne probieren, aber das wird nicht so ohne weiteres funktionieren, glaube ich. Mach mal raufen, wenn du ihn wirklich festhalten willst. Naja, nicht ganz. Du greifst so ein bisschen ins Leere. Der Kerl ist schon vorgelaufen. Du biegst um die Ecke. Und der Kerl ist einfach weg. Er ist nicht mehr da. Verdammter Feigling. Ja, ist laut. Und geht zurück zu den anderen. Ist doch schon gut. Kam euch die Stimme auch bekannt vor? Äh, willst du einen Intelligenzruf machen? Ähm, ich überlege... Nee, keiner von euch, nee. Also, nee, jetzt nicht so, aber ich hab ihn kaum gehört. Nein, ich hab ihn... Kannte ihn nicht. Kann es nicht zuordnen. Wahrscheinlich habt ihr euch einfach vertan. Äh, es mag sein. Dann, äh... Ist denn irgendwas passiert? Nein, alles gut. Er hat mich nur angehantet. Hast du eine Geldbörse noch? Hier, Puzzle. Ich gucke dich ganz... ...irritiert an. Geldbörse? Ein Goldbeutel. Goldbeutel? Ich habe... ...nichts... ...null. Oh, okay. Ich habe keinerlei weltlichen Besitz, außer mein... ...meine... ...meine Schengen. Die hab ich dabei. Gut. Solange... ...solange dir nichts fehlt. Nein, ist alles da. Sehr gut. Ja. Ja, dann würde ich mich wieder... ...in Bewegung setzen. Jo, das könnt ihr gerne. Also... ...ir macht euch wieder auf den Weg... ...und an sich... ...passiert jetzt gerade nicht mehr... ...so viel, sage ich mal. Aber wir gehen jetzt mal zu... ...Ayato, der sich ja von euch erstmal getrennt hat. Und jetzt wird es lustig. ...nustig. Also... ...ähm... ...hast du irgendeinen verbesserten Sinn? Ähm... ...nein. Was hast du als angeborene Fähigkeit? Im Moment... ...robust. Ach so, ja gut, dann... ...wobei... ...kann auch mal nützlich sein. Jedenfalls... ...während du so durch die dunklen Gassen gehst, äh... ...machst du jetzt einmal kurz nen Wurf auf Hören. Ja. Kritischer Erfolg. Oh. Du hörst eigenartige... ...Geräusche auf den, äh... ...hast man sagen? Also, da du den kritischen Erfolg hast, kannst du sogar sagen, dass... ...ist irgendwas, was sich von, äh... ...wie soll man sagen? Klingt, als würde in einer... ...Gasse unweit von dir... ...irgendwas... ...mit seltsamen... ...Klack-Geräuschen... ...sich von oben nach unten bewegen. Kann ich ausmachen, welcher Gasse das ist? Also... Ja, die Richtung, kein Problem, du kannst da hin. Okay, dann möchte ich dort... ...mich langsam in die Richtung bewegen. Gut, also du gehst... ...langsam in die Richtung... ...ich würde sagen, ja... ...bewegen wir die Figur mal langsam dahin... ...und... ...ja, sagen wir mal, das hier wäre jetzt diese Gasse. Okay. Äh, stell mich an... ...die Seite und... ...spähe so... ...hinein. Okay, du siehst... ...ähm... ...moment, mach mal sehen. Nee. Das reicht nicht. Du siehst erst mal nichts... ...aber du kannst noch mal hören machen. Das klappt... ...mit 23. Du hörst ein Geräusch von oben... ...auf dem Dach von einem Haus. Also direkt neben dir. Ähm... ...meine Auslösung müsste ich dabei haben, ne? Ja. Äh... ...ich werd... ...ich zieh meinen Bogen... ...und... ...leg auch schon mal einen Pfeil ein. Ja, aber das... Ich weiß nicht, was hast du für eine Gewandtheit? Äh, 95. Ja, wobei in der ersten Runde ist die definitiv... ...schneller, auch wenn die dich nicht überraschen kann. Ähm... ...jedenfalls... Das, äh... ...also dir schießt etwas entgegen. Mal gucken, wie gut das funktioniert, der andere von den... ...ist jetzt nicht so hoch. Oh, es trifft dich. Abwehr bitte. Ne. Also... ...du drehst dich in die Richtung... ...und kriegst... ...ein eigenartig klebriges Zeug auf die Brust. Und als du siehst... ...also als du dich ein bisschen umsiehst, siehst du, dass das... ...quasi zu der Stelle... ...es hängt ein Faden dran, der zu der Stelle führt, vor der es abgeschossen wurde. Und da ist ne... ...ja... ...wie soll man sagen... ...das, was das abgeschossen hat, ist eine circa... ...wie groß war das Viech? Ja, so ne halben Meter hohe Spinne. So... ...in etwa alle Dimensionen. Aber die kann augenscheinlich Fäden aus ihrem Hinterleib schießen. Und du hast jetzt grad so einen Scheißfaden abbekommen. Also... ...ja, du kannst den Pfeil immer noch... ...das macht keinen Schaden, zieht ja auch keine Ausdauer ab. Aber... ...ich sag mal, ist halt lästig, das Zeug. Und mach mal kurz noch nen Hören. Ich setz mal kurz die Spinne überhaupt hin. Äh... ...was ich mal verflügt hab. Sagen wir einfach mal, das hier wär ein Häuserdach. Ja. 24. Du hörst, die ist nicht alleine. Ich lege jetzt einfach nochmal... ...ein paar weitere... ...was ist deine Statur nochmal genau? Ähm... Großnormal. Bin 1,84 und wiege 84 Kilo. Ja. Also... ...die Biester befinden sich halt auf den Dächern. Ich mach's ein bisschen größer. So. Die hört grad auf dich geschossen. Ist das jetzt Bloodborne oder was? Wieso Bloodborne? Wie dick sind die Fäden? Ähm... So dick sind die nicht. Allerdings, äh... Kannst du davon ausgehen, dass die versuchen werden, dich von mehreren Seiten zu beschließen? Ähm... Kann ich die mit meinem... ...Tanto durchschneiden? Dafür muss ich ja meinen Bogen nicht fallen lassen, oder? Also du hast den Bogen nicht fallen lassen bisher. Das hat dich einfach nur getroffen und... Nein, nein, ich mein, dafür muss ich ja den Bogen nicht fallen lassen, um den Tanto zu ziehen. Nee, das musst du nicht, klar. Das heißt, in der Runde, wenn du dran bist, ziehst du dein Tanto und versuchst, durch den Faden zu schneiden. Ja. Du merkst, das klappt nicht. Deine Klinge klebt einfach an diesem Faden fest. Ach, shit. Ja, nächste Runde. Du hast tatsächlich noch die höhere Gewandtheit. Du hast also die Möglichkeit vorher etwas zu tun, bevor die dran sind. Ja, dann feuere ich meinen Bogen auf die Spinne ab, die mich da festgeklebt hat. Okay, dann mach mal einen Schuss. Ich überlege gerade, zählen die als klein? Nee, tatsächlich nicht. Das ist eine 23. Eine 23. Hat sie abgewehrt. Und ich muss mal kurz überhaupt auswürfen, wie viel Lebens... Ach nee, ich nehme einfach die Durchschnittswerte. Ähm... Dann... Ähm... Ja. Ja, dann zwei. Zwei AP? Ja. Also das prallt quasi an der Chitin-Platte ab. Es passiert dem Vieh nicht wirklich was. Wobei, die wirken nicht sehr stark gepanzert. Aber du bist halt kein... Hast du Tierkunde? Ähm... Müsste ich haben, glaube ich. Ja. Na, dann erkennst du, dass die halt nicht gerade so stark gepanzert sind. Die haben augenscheinlich eine relativ weiche Schale. Kommt auch mal vor. Aber dieser Pfeil hat das Vieh nicht wirklich interessiert. Jetzt... Versucht... Ja, die Spinne, die dich eben getroffen hat, nochmal zu schießen. Trifft nicht. Die zweite... Trifft auch nicht. Die dritte... Trifft auch nicht. Was für Stümper. Das passiert, wenn man irgendwelche niedriggradigen Viecher auf die Helden hetzt. Ähm... Ja, du bist dran. Äh... Jetzt stehst du halt da mit einem Bogen in einer Hand und mit einem klebenden Tanto... Am Farben. Ja. Wollte grad sagen, nicht in der anderen Hand. Äh... Ja, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig. Aufs Dach klettern wäre jetzt irgendwie nicht sehr intelligent. Also werde ich weiter schicken. Gut. Dann schieß. Ach... Nein. Gut, die sind wieder dran. Spinne eins. Trifft. Äh... 27. Dann kannst du grad noch ausweichen. Das ist tatsächlich interessanterweise so, dass die... Äh... Nicht... Ähm... Ich möchte auch sagen quasi, als du versucht hast mit dem Tanto den Faden zu durchschneiden. Der war nicht sehr straff in dem Moment. Also die... Dieser Faden hängt quasi so ein bisschen durch gerade. Also der zweite Faden, der auf dich zugeflogen ist, hat jetzt nicht getroffen. Äh, ne Quatsch. Äh... Ja, den bist du ausgewichen meine ich. Die zweite Spinne schießt einfach daneben. Die dritte Spinne... Schießt... Äh... Die trifft dich. So. Die könnte wieder treffen. Ich möchte sagen, diese Dinge machen halt überhaupt keinen Schaden. Ja, trifft mich. Dann hast du jetzt quasi einen Faden von hier drauf und einen Faden von hier drauf. Ja. Müsste ich eigentlich am besten irgendwie markieren. Du bist so ein bisschen eingeklebt. Ähm... Ja, was möchtest du machen? Weiter schießen? Möchtest du versuchen, die Fäden wegzureißen? Was möchtest du tun? Ja, wegreißen ist dämlich. Wenn mein Scherz Messer nicht durch die Faden durchkommt, dann ist er mich daran festhalten noch viel dämlicher. Ähm... Ja, ich schieß trotzdem. Okay, dann schieß. Also du hast einen Faden quasi an der Seite und einen auf der Brust. Gottverfick, die Schneidenwürfel. Warum? Das ist doch Kippe. Wo ist der Kippe? Das ist eine 4. Bei mir ist er Kipp 419. Im Zweifel nimmt man einfach das, was das Ding bei Alt zeigt. Ja, eine 4. Dann triffst du halt nicht. Du schießt wieder fröhlich in den Nachthimmel. Irgendwo im Hintergrund hört man einen einsamen Mann... Au! Ne, ähm... Also die Spinne 1, die schon bei dir klebt. Trifft. Trifft nicht. Spinne 2. Trifft auch nicht. Spinne 3. Trifft. Äh... 27. Du weichst gerade so aus. Also hinter dir klatscht wieder so ein Faden auf dem Boden. Die scheinen sich mit dir nicht im Nahkampf anlegen zu wollen, solange sie dich nicht einspinnen. Du bist dran. Also ich mich eher wundere, wie viele Fäden die aus ihr nachschießen können. Egal. Ähm... Die Fäden sind nicht so dick. Ach, ich hasse dich. Nein. Immerhin ausweichen kannst du. Spinne 1. Ja, bringt mir aber nix. Daneben. Spinne 2. Daneben. Spinne 3. Trifft. Jawohl, ja klar. Äh... 23. Dann trifft sie nicht. Aber ich möchte mal kurz sagen, was ist dein Anriffswert? 10. Okay. Bringt mir aber nix, wenn ich 2 und 4 werfe. Hm. Aber ist es nicht leichter für mich zu treffen, wenn ich den Faden entlang schieße? Nein. Ist es nicht schwieriger für dich zu treffen, wenn du eingeklebt bist? Ja, ich hab einen auf der Brust und vielleicht einen irgendwo an der Seite. Das schrengt ja meine Arme nicht ein. Und vor allem ist das nicht besonders gespannt. Die Dinger hängen so ziemlich durch. Aber die sind auch nicht alle noch mit denen verbunden. Die kleben teilweise an den Häusern jetzt. Aber die könnten natürlich jederzeit aufwickeln, wenn genug Fäden da sind. Hm. Kann ich mich von einem... von den Fäden losreißen? Einfach mich bestimmt ein Stück laufen, wenn die durchhängen. Ähm... Also du kannst ein Stück laufen, auf jeden Fall. Ja, ich möchte nicht nur ein Stück laufen. Ich möchte so weit laufen, dass ich die Fäden durchreißen kann. Also dass ich die einfach abreißen, sozusagen. Dann würde ich sagen... Dann brauchst du ein Kraftakt pro... Ne, warte. Ne. Also du rennst jetzt los. Ich überlege gerade... Beim ersten Faden bist du jetzt, glaube ich, seit 4 Runden getroffen. Oder 3? Ich weiß es nicht mehr. Müssten 4 sein. Dann rennst du los. Als erstes natürlich der andere Faden, bei dem ist jetzt seit einer Runde gefesselt. Das heißt, ein Prüfwurf Stärke plus... Also Stärke, Prüfwurf plus 10. Also um 10 erschwert. Ja. Das Ding reißt ab. Dann jetzt bitte für den anderen Faden, sobald der gespannt ist. Das ist jetzt einer mit 40 erschwert. Alter. Nur 7. Easy. Der Faden reißt einfach ab. Ja, dann werde ich natürlich... Die versuchen dir natürlich noch, letzte Fäden hinterherzuschießen. Also ich sage jetzt, jede von denen hat noch einen Angriff auf dich. Ja. Spinne 1. Trifft. Moment. Egal. Ähm, das ist... 25. 25 reicht. Spinne 2. Trifft nicht. Spinne 3. Trifft kritisch. Im Zweifel heißt es nur, wo trifft das Ding. Ja. Lop, lop, lop. Okay. Markus, hast du die Krit... Nee, ich habe die Krit-Tabelle selber hier irgendwo. Moment. Habe ich offen, Tom. Okay, dann... Machen wir mal kurz... Wo trifft es dich kritisch? Also wenn es jetzt im Gesicht ist, ist das ziemlich eklig. Und wie soll das so gehen mit dem... Dann hast du dich kurz umgedreht oder sowas. Oder der Faden ist komisch geflogen. Es ist eine 72. 72 ist schwere Verletzung am linken Bein. Okay, in dem Fall trifft dich also der Faden am linken Bein. Dann würde ich sagen, da du ja weiter nach vorne rennst... Machst du auf jeden Fall einen Gewandheitswurf, ob du hinfällst. Wenn ich das nicht schaffe, oder? Ja. Wie weit bist du drunter? 50. Ja gut, dann schaffst du es. Dann fällt es halt nicht hin. Aber jetzt nochmal Stärke. Diesmal nicht erschwert. Ja, schaffe ich. Das Ding reißt sofort weg, aber... Also du hast kurz getaumelt, aber... Du schaffst es wegzurennen und die Viecher folgen dir auch nicht. Zum Glück bin ich im Niedrigwürfeln heute sehr gut. Für sowas hilft es. Also du rennst mit so ein paar Kleberesten auf der Kleidung weg. Ja. Ja, du rennst wahrscheinlich weiter in Richtung der Samurai-Gebäude. Ja. Die Viecher kann ich jetzt mal wieder weglöschen. Zack. Was zur Hölle ist das für eine Stadt? Einige haben Dämonen, die hier haben Spinnen. Also du rennst auf jeden Fall weiter. Ich weiß nicht, rennst du wirklich panisch oder einfach nur... Ach. Quatsch. Ganz beverletzt oder so. Nur eingeschleimt, so ein bisschen. Ja. Ich laufe halt weg, dreh mich um, wenn ich sehe, dass nichts hinter mir ist, ist alles... Ist halt wieder alles okay. Dann laufe ich einfach nur in einem schnellen Schritt weiter. Auf jeden Fall, dir krabbelt nichts hinterher, zumindest... Wobei, ich mach mal kurz was für dich. Ich meine, ich habe eine Willenskraft von 100, das dürfte schon gehen, dass ich nicht anfange rumzuschreien wie ein kleines Mädchen. Also du hörst auch nicht, dass irgendwas dir hinterher krabbelt. Ja, gut. Dann laufe ich nochmal weiter. Ich muss sagen, das war jetzt ein sehr unspektakuläres Ende. Scheiße, ich habe alle meine Pfeile ver... Also nicht alle meine... Hast du die Pfeile übrigens weggestrichen, die du benutzt hast? Ja. Okay. Ja, ja. Also... So, ich schieße die ganze Zeit daneben... Und laufe dann weg. Ja gut, das ist eine effektive Methode für einen, der überleben will, aber... Ja. Viel schlimmer finde ich der, der morgen aufwacht und in seinem Hinterhof ist alles voll Spinnweh. Ja, das wäre auch nicht so schön. Wobei, vielleicht ist es halt wie bei Spider-Man und die lösen sich nach ein paar Stunden einfach auf. Äh, wahrscheinlich aber eher nicht. Der arme Dude, der plötzlich Pfeile in seinem Hinterhof stecken hat. Du meinst doch nicht, dass es nur einer ist. Und vor allem die meisten Dächer hier sind halt mit Stroh gedeckt oder ähnlichem. Vielleicht stecken die in dem Dach drin oder so. Ja. Eher in einem weiteren Haus dahinter im Dach oder in der Wand oder so. Ja gut, ich hab sehr weit drunter kümmer für den Stimmschuss. Teilweise stecken die halt auch einfach im Sims oder quasi im Dachbalken, wo die Spinne drauf saß. Weil... Ja. Du hast einfach nicht gut geschossen. Ich schieb's darauf, dass es Nacht war und ich die letzten Tage damit zu tun hatte, Reiten zu lernen. Ja. Du hast den Alkohol vergessen heute. Und... Ach, betrunken bin ich auch... Nein. Angetrunken bin ich auch noch. Ja, darauf kann ich es schieben. Ja. Außerdem hat es niemand gesehen. Aber du läufst jetzt einfach nach Hause. Okay. Ja, du kommst dann halt auch irgendwann an. Ist halt klassische Samurai-Behausung. Ein bisschen karg. Ein bisschen rustikaler. Aber... Man kann da eine Nacht verbringen. Ja, was heißt Nacht? Wir sind doch hier schon eine Weile, oder? Ja. Ich sag mal, Luxus ist anders, aber... Ist okay. Naja, ich bin gewohnt in einer kleinen Hütte auf dem Berg zu leben. So sehr unterscheidet sich das nicht. Es ist fast wie zu Hause. Ja. Nur ohne den heulenden Wind. Ne, dafür spinnen auf dem Dach. Halten Meter groß sind. Auf jeden Fall, im ummauerten Bereich, also im Festungsbereich, sind halt diese Samurai-Behausungen. Und ich nehme an, dass du dich auch ein bisschen umgesehen hast, aber da hast du keine weiteren von diesen Viechern gesehen. Find ich gut. Dann kann ich mich schon schlafen. Ja. Ich nehme an, bei deiner Willenskraft wirst du keine Schlaflosigkeit deshalb haben oder so. Du legst dich hin. Und schläfst irgendwann ein. Der Rest kommt halt auch gemütlich bei Kenichi an, ich weiß nicht. Ihr dürft gerne euch eure Gruselgeschichten erzählen. Bitte nicht. Hast du es nicht vorgeschlagen? Das war nicht ernst gemeint. Es gibt typische asiatische Geschichten von irgendwelchen Frauen mit Mund bis zum Wangen hochgeschnitten und so mit dem Grinsen. Kuchikaze-Ona? Zum Beispiel. Gut, dass ich davon alles keine Ahnung habe. Jeder hat Landeskunde plus 8 für seine Heimat. Hab ich. Automatisch. Du bist ja in dem Land geboren. Warte. Du hast automatisch ungelernt. Landeskunde 8, glaube ich, für die Heimat. Kann auch sein, dass es niedriger war. Ich meine, das wäre 8. Entschuldigung. Oh, ich kenn's. Ich hab eine 18 gewirkelt. Scheiße. Ja, das ist eine Gruselgeschichte von, äh, ja. Ja, es gibt allgemein sehr viele Gruselgeschichten mit Frauen. Entweder haben die ganz lange Hälse oder laufen im Schnee rum und saugen einem die Wärme aus dem Körper oder, äh, haben aufgeschnittene Gesichter oder was auch immer. Findest du mich nicht schön? Ja, ja, die Nummer. Wobei, ich glaube, das ist eine moderne Geschichte. Das ist, glaube ich, nichts Traditionelles. Ähm. Okay, also erzählen wir uns jetzt diese Gruselgeschichten. Kommt drauf an. Wer möchte was erzählen, der darf das gerne tun. Ich kann auch gerne einen Link raussuchen, das kann dann jemand anderes vorlesen. Ken Ichi erzählt keine Gruselgeschichten. Ja, ich auch nicht. Wenn, dann würden die Männer die Gruselgeschichte erzählen und Jai würde sich irgendwo unter der Decke verstecken. Weinend. Richtig. Also, erzählt der Mönch eine Gruselgeschichte oder nicht? Nein. Och, schade. Na gut. Schade. Ich hätte ja einen Link mit 10 Gruselgeschichten. Ja, ich weiß, aber ich bin kein guter Erzähler. Das ist... Ich bin eher der Schreiber. Nun gut. Jedenfalls, ihr legt euch halt auch irgendwann hin. Habt keine Ahnung, was eigentlich mit eurem Kumpel passiert ist. Na gut, im Grunde ist mir auch nichts passiert, was bleibend wäre. Aber... Ich sage mal, ihr habt einen sehr ruhigen, erholsamen Schlaf. Auch wenn es natürlich, wie gesagt, nicht das bequemste ist. Samurai-Behausung halt. Aber... Am nächsten Morgen erwacht ihr... Frisch und erholt. Das gleiche gilt natürlich für unseren Neulings-Samurai. Wie sieht denn euer Tagesplan aus? Jetzt, da ich reiten kann, brauche ich ein Pferd. Oh, ich sehe schon, es bekommt wieder jemand Besuch. Also, heißt das Frühstück und Pferd, oder wie? Äh... Ja... Ich denke mal, meine Reiterstunden sind ja soweit fertig, dass ich keine mehr brauche. Ja, du hast es halt fertig gelernt, sag ich mal. Und die Schwert... Die Schwertstunden habe ich geschwänzt. Ja, so kann man das sehen. Ich sage mal, das wurde nicht so gerne gesehen. Findet Kenichi nicht gut. Wie bitte? Findet Kenichi nicht gut. Du hättest ihn gern unterrichtet, schon klar. Ja. Ich habe die Schwertstunden, also das Schwerttraining begeistert aufgenommen. Und dann auf deine Freunde eingeschlagen. Nein, nein, jetzt auch zwischendrin habe ich ja auch Schwerttraining genossen. Ja, da wird dann halt mit Holzschwertern geübt und sowas, also... Das macht in seinen Händen keinen Unterschied. Ja. Das, äh... Ich sehe schon vor mir, Clay Kenichi freut sich wie Sau mit dem Holzschwert auf den anderen einzuprügeln. Und der andere hat zwei Schlegen. Nein, bitte nicht. Aber du hattest nicht von Anfang an so eine bestialische Stärke. Aber... Gut, was macht denn der Rest? Was hat der Rest so für einen Tagesplan? Ähm... Also im Zweifel, wenn ich nichts anderes zu tun habe, würde ich dann wohl wieder zurück in meinen... Was heißt rein? Also würde ich zurück ins... Nein, in das Altarkloster gehen. Äh... Und dort dann... Also es gibt einen Tempel hier. Ja. Meditieren, Erleuchtung zu erlangen. Vielleicht fällt mir ja was Schönes, Nettes ein für meine Schwertkampftechnik. Ja, du kannst natürlich auch... Es gibt diese Schwerttänze und so ein Kram, die du aufführen kannst, die dann auch so was Meditatives haben und sowas. Aber du verbringst also den Tag wie ein frommer Mönch im Kloster. Äh... Also im Tempel. Ich muss gerade mal gucken, ob ich mal irgendwas einkaufen muss, aber ich denke nein. Also ja, ich werde das wie gehabt wie ein frommer Mönch im Kloster tun. Gut. Dann, wie sieht's mit unserer Priesterin aus? Nach... Dackelt sie weiter hinter den Samurai her. Ja. Nach dem morgendlichen Gebet und der Meditation... Dackelt sie dem Samurai hinterher. Was macht der Samurai? Der, äh, geht zu Schwertstunden. Also du gehst trainieren, wie es sich für einen wahren Krieger gehört. Genau. Erst halt so ein bisschen morgendliche Aufwärmroutine. Also... Kleinen Rundlauf und dann ein bisschen... Und die ganze Zeit rennt die Priesterin hinterher. Nee, den Lauf... Die rennt halt schön hinterher. Nicht so schnell! Den Lauf macht er, während die Priesterin betet. Okay, dann würde ich aber sagen... Und dann halt... Geben wir dem Ganzen wieder eine Chance auf eine Zufallsbegegnung, wenn du jetzt einfach quasi eine gewisse Strecke joggst oder was auch immer du machst. Ja, und sie murmelt halt hinter sich her, heute wird er keinen töten, heute wird er keinen töten, heute wird er keinen töten. Genau, so renne ich hinter dir her. Heute willst du keinen töten, heute willst du keinen töten. Also ich würde sagen, in diesem Fall wäre das Reichenviertel-Nebenstraße-Tag, ne? Nee, ich würde schon in den Feldern laufen wollen. Achso, also quasi schon eher... Ja, in dem Fall im Mittelstand des Armenviertels sogar. Nein, außerhalb der Stadt. Ja, als was würde man das am ehesten dann werten in der Tabelle? Achso. Oder vielleicht würde das schon eher als Dorf dann gelten. Wobei, die Felder sind halt wirklich außerhalb, da muss so eine Strecke für auch laufen. Ja gut, dann laufe ich zu den Feldern. Dann kommt erstmal Mittelstandsviertel-Tag-Nebenstraße. Bitte ein Prozentwurf. Ein Prozentwurf. Und wenn's nix ist, ist halt nix. Das ist 13. 13. Oh, das wird lustig. Ähm... Dann brauche ich... ...eine 20. Das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste, was passieren kann, das Spielleiter sagt, das wird lustig. Eine 6. Okay. Dann, ähm... W Prozent, bitte? Das ist 86. Okay. Und, ähm... W 20 nochmal. Das ist... 18. Oh, schön, schön, schön. Das passt perfekt. Ähm... Dann brauche ich noch ein W 20. Ich weiß, das wird sehr, sehr viel, aber die Tabellen sind sehr, sehr umfangreich in diesem Ding. Das ist eine 9. Dann brauche ich nochmal einen W 20. Eine 5. Okay. Ähm... Du siehst... Eine Person wirkt... Also wirkt so ein bisschen... Fremdartig von der Aufmachung her. Also... Boah... Du würdest schätzen... Sieht man im Zeichenteil selten, aber du würdest schätzen, der stammt vielleicht aus Mejis oder sowas. Also ist auch Asiate, aber wirkt dann eher so wie... Sehr, sehr außer Natur. Hättest du mich mal mitgenommen. Und der streitet sich gerade... Augenscheinlich mit einem Samurai. Und es sieht so aus, als wären die kurz davor, äh... Aufeinander loszugehen. Zumindest beleidigt dieser Kerl den in einem starken Akzent aufs Schärfste. Wow. Äh... Was ist hier los? Habt ihr gerade diesen guten, äh... Samurai beleidigt? Ich überlege gerade, was für ein Akzent wäre Mejisisch. Wie klingt ein sibirischer Akzent? Äh... Wobei das auch nicht zwingend sibirisch ist, glaube ich. Aber es gibt ja auch asiatischen Urwald und sowas in Mejis. Mongolisch vielleicht? Ja, wie klingt ein mongolischer Akzent? Mongole ist doch Steppe. Ja. Hier steht quasi Herkunft wäre ohnehin eher was in Richtung Sumpf, aber... Ich hab das jetzt mal so, dass der... Das quasi asiatischer Urwald da auch mit so ein bisschen zuzählt. Dann... Ja, auf jeden Fall... Das geht dich nichts an. Das ist eine Sache zwischen ihm und mir. Das kann er entscheiden. Kommt ihr mit diesem, äh... diesem frechen, diesen aufmützigen, äh, Herrn klar? Wollt ihr meine Ehre beleidigen? Natürlich werde ich mit dem klarkommen. Okay. Dann, äh... Ihr müsst euch nicht gefallen lassen, dass ihr beleidigt werdet. Das dürfen wir überhaupt nicht. Ja, jedenfalls, der zieht sein Schwert. Der Kerl zieht... Er zieht keine Waffe, er hält die in der Hand, er hat einen Speer. Willst du dir diesen Kampf ansehen, dann wird das eine sehr große Würfelorgie von mir. Kannst du die Würfelorgie nicht abkürzen? Ähm... Ja, kann ich mal machen. Erster Treffer gewinnt. Ähm... So. Der Kerl, würde ich mal sagen, ist schneller. Wenn man einfach mit einem Wurf quasi mehrere Angriffe abhandelt. Sagen wir, es dauert eine Weile. Aber irgendwann wird der Kerl vom Saburai, äh, ordentlich erwischt und niedergestreckt. Aber es hat wirklich lange gedauert. Der war flink unterwegs. Aber der Saburai war stärker gepanzert und, äh, hatte eine besser gefertigte Waffe. Der Kerl liegt jedenfalls irgendwann blutend am Boden, wie er es verdient hat, wie du denkst. Ja. Aber hallo. Aber hallo. Aber hallo. Ja. Der hat mich beleidigt. Aber, äh, genug davon. Da hätte er ja mal schauen können. Du bist jetzt weiter auf dem Rundgang. Gehen wir jetzt zu unserem, äh, Freund, äh, auf dem Weg zum Pferdemarkt. Komm, machen wir auch mal was. Also nochmal Zufall. Okay. Ich finde das lustig. Vielleicht passiert was Interessantes. Ein Prozentfach bitte. Ich würde sagen, in diesem Fall ist das Mittelstandsviertel Hauptstraße. Oh, Center, wo ist es? Den brauche ich. Und den. Okay. Was hast du? Was hast du? Ne, 81. 81. Hauptstraße, Tag, Mittelstandsviertel ist? Oh. Ah, sowas ist immer schlimm. Dieses Tabelle ist klasse. Dann brauche ich ein W6. Eine Drei. Okay. Okay, ein W20. Eine 2. Oh. Ähm, und nochmal ein W20. Eine 16. Okay. Ja. Dir, äh, kommt ein freundlich lächelnder Mann entgegen. Ah, guter Herr, ähm, ihr, äh, gehört zu den Samurai dieses Ortes, richtig? Richtig. Ähm, hättet ihr etwas dagegen, wenn ich vielleicht ein Stück bekomme? Ich hatte nämlich die Idee für eine, für ein höchst, ähm, interessantes, kleines, äh, Projekt, weil ich vielleicht, äh, dass ich vielleicht ein gefähige Leute brauche und, äh, naja, oder vielleicht auch, äh, ja, vielleicht könnt ihr einfach euch etwas erstmal bei euch erzählen. Vielleicht bin ich ja nicht am richtigen Mann. Ich möchte euch nicht unnötig dann aufhalten. Nur... Ähm, er hängt sich dir quasi an die Hacken und labert dich voll. Ich frage ihn erstmal, welche Art von Projekt. Ach, es geht um einfache Geschäfte, aber vielleicht eine kleine Reise hierhin und dorthin und, äh, ja, er geht jetzt gemeinsam durch dieses Stadttor und, äh, aber ich glaube, ähm, wenn ich ehrlich bin, ähm, dass, äh, ich euch damit wahrscheinlich auch nur belästige. Ähm, ich, äh, bin dann mal weg. Tschüss! Äh, bevor er weggeht, checke ich aber meine Taschen, bevor er außer Sicht weiter ist. Deine Taschen sind da. Also, auch nichts, fehlt auch nichts an Geld oder ähnliches? Nö, alles da. Okay, dann ist mir egal. Gut, äh, ich guck ihm verwirrt hinterher und denk mir, was für ne komische Stadt. Er ist Spinnen, jetzt Idioten. Ähm, mach mal kurz nen Wurf auf Seelen. Äh, Seelen. Äh, mh, 14. Also 14 insgesamt? Ja. Aber dann würde ich vielleicht noch Riechen gelten lassen. Äh, 17. Nö, dann bemerkst du es echt nicht. Also andere Sinne passen da nicht. Ähm. Ah, schade. Bemerk dir es halt nicht. Ähm. Jedenfalls, du machst dich dann auf den Weg zum Pferdemont. Schade, dass diese Zufallsbegegnungen, die erstmal so vielversprechende in der Tabelle anfangen, willst du sowas ablaufen? Super. Also, nachher erzähle ich euch, was das gewesen wäre. Und, äh. Ja. Jedenfalls, du landest dann beim vorher schon bekannten Pferdehändler. So der, oh. Hohe Kundschaft, wie ich sehe. Greibt sich die Hände auf. Wollte ich grad sagen, der muss sich doch freuen, ey. Äh. Äh. Haben nicht Freunde von euch weiterempfohlen? Ähm. Nein. Waren denn meine Freunde hier? Also es war zumindest ein Samurai hier. Das Einzige. Also ein großer, bärtiger Kerl. Nicht der schönste, wenn ich ehrlich bin. Aber, ähm. Vielleicht kennt ihr ihn ja. Ach. Hallo? Du bist ja ein Glück, dass ich nicht da bin. Ach, sie reden. Äh. Ihr redet von Kennedy. Ja, so hieß er, genau. So hieß er. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass unser Schreiber auf einmal, äh, einen Wissen hatte? Ein Maultier. Ja. Ein Maultier. Ach, genau. Ich muss zugeben, er war ein seltsamer Typ. Hat sich auf ein Pferd nach dem anderen gesetzt, konnte sich keine 5 Minuten draufhalten, sobald es sich bewegte, und hat sich letzten Endes für ein Maultier entschieden. Ja. Ein sehr seltsamer Typ. Vor allem scheint er dieses Maultier sehr zu mögen. Ich glaub, ich hab wieder so ein bisschen... Yep, ich hab wieder Probleme. Aber... Ähm... Moment, ich geh wieder kurz... Ich muss wieder re-loggen. Es ist hirnerissig mit dieser Verbindung. Das einzige Problem, das ich mit dem Tabletop Simulator hab. Ähm... Jedenfalls... Ja, der dauert auf... Ich suche ein... Ein... Starkes Tier. Der sollte... Der sollte zu meinem neuen Stand passen. Neuen Stand? Oh! Ihr seid zum Samurai, äh... Aufgestiegen. Das ist richtig. Das ist ja eine interessante Sache. Ähm... Ich überlege gerade, weil die beiden, die hier vorher waren, haben es beide mit ihm hier probiert. Er deutet auf die Koppel zu dem Klischee schwarzen Hengst, den wir die letzten Male hatten. Ein... Ein... Ein schwarzes Pferd. Das ist doch... Das ist doch... Ich meine, ihr seid ein... Ihr dürft euch auch probieren. Ihr seid ein großer, starker Mann. Ich schätze, ähm... Vielleicht könnt ihr es bändigen. Es ist ein bisschen schwierig. Aber... Ein Versuch wär's doch sicher wert. Sofern es euch zutraut, natürlich. Ich weiß jetzt nicht, wie gut ihr reiten könnt. Ich bin relativ neu. Also, ich habe erst Reiten vom kurzen wirklich gelernt. Aber... Warum nicht? Vielleicht könnt ihr ihm zeigen, wo's lang geht. Kann nicht sein. Also, der führt dich dorthin. Ja, und jetzt kommt dieses Pferd erstmal auf dich zugeeiert. Ach, ich seh, mein Ping ist so scheiße wie vorher. Also, das heißt, die Würfe, da musst du mir einfach sagen, was du hast. Die anderen können es ja bezeugen. Ähm... Oder kann ich irgendwas... Ne, ach, ich bin sowieso grad Spectator. Äh, egal. Jedenfalls... Der führt dich dahin. Dieses Pferd läuft so ein bisschen um dich herum. Und beginnt dich dann, wie die anderen auch, entsprechend so ein bisschen anzurübeln. Das heißt, stößt dich so ein bisschen an. Du hast vor kurzem erst gelernt, wie du mit Pferden umgehen musst. Das heißt, in dem Fall würde ich dir den Wurf, ob du weißt, wie man damit umgeht, ersparen. Also, du weißt, der will quasi so grad testen, wer hier der Boss ist. Letzten Endes kannst du halt relativ einfach versuchen aufzusitzen, wenn du das möchtest. Ja, das möchtest. Dann mach mal ein W20. Also, Reitenwurf. Ähm... Das ist eine 9, 10, glaub ich. Insgesamt? Was ist Reiten nochmal für eine Fähigkeit? Gewandtheit. Gewandtheit. Dann habe ich 21. Ach, was hast du für eine Gewandtheit nochmal? Ach ne, 95. Dann habe ich 20. Reicht auf jeden Fall. Du... Das Vieh ist relativ schlau, wie du merkst. Es hat versucht, sich direkt aufzubäumen, als du so halb im Sattel hingst. Aber du hältst dich gerade so fest. Und jetzt läuft er los. Also, ich würde sagen, mach nochmal so zwei Reitenproben. Also, er scheint es nicht zu mögen, dass du auf ihm draufsitzt. Das ist eine 28. Okay. Das ist eine 28. Die zweite? Oh, der zweite. Der zweite ist eine 13 insgesamt. Also... Ja... Du hältst dich überraschend lange auf dem Pferd. Der... Also, du merkst auch, der wird ein bisschen ruhiger. Aber schließlich... Fliegst du halt doch irgendwann vom Pferd. Ähm... Hast du Akrobatik oder sowas? Äh... Was hab ich denn? Klettern, Etiketterecken... Dann kriegst du halt 1W6-1 AP jetzt. Ist kein besonders heftiger Sturz. Der hat halt nur... Also, ich hab da eins gelaufen. Ja. Also, du landest ein bisschen im Dreck. Oh! Ich sag mal, ihr habt es länger geschafft, als die beiden anderen. Die sind direkt beim Aufsitzen runtergefallen. Also, ich stehe auf jeden Fall auf und sag, den krieg ich klein und versuch's nochmal. Ja, das... Das wird interessant. Dann bitte einmal reiten. Also... Was ist das? 4. Ach, 4. Äh, dann halt nur... Wie ist das? 13.17. Ja, also, ich sag mal, das wird eine holprige Angelegenheit. Du fällst aber gerade noch nicht aus dem Sattel. Also, das... Wie gesagt, das mag dich noch nicht so wirklich. Aber, äh, du sitzt noch im Sattel. Also, soll ich nochmal? Ja. Wenn du einen guten Reitenwurf hin... Hm? Noch eine 4. Also, wieder 17. Ah! Jetzt wird's langsam kritisch. Also, du hängst so halb noch drauf. Wenn du den nächsten jetzt nicht schaffst, dann fliegst du richtig aufs Maul. Und das ist die 20, glatt. Also, es sieht kurz so aus, als würdest du vom Pferd fallen. Aber irgendwie schaffst du's hin, wie es physikalisch möglich ist, relativ schwierig zu erklären. Aber du schaffst es, dich wieder drauf zu richten. Und, äh, ja. Ab da läuft's. Ab da kriegst du's halt hin, das Tier zu lenken. Du merkst, man muss schon so ein bisschen rabiater mit dem umgehen. Aber, ja. Nach einer Weile hin und her, rumgetänze und gehopse, hört der. Also, der schnaubt. Der ist augenscheinlich immer noch so ein bisschen unzufrieden. Aber er merkt halt, er kann mit dir nicht machen, was er will. Gut. Dann kloppe ich ihn so ein bisschen auf den Hals und steig ab. Ja. Und der, äh, der Pferdehändler, der applaudiert. Also, der ist begeistert. Ja, ich häng wahrscheinlich auch auf halb vier oder so auf dem Pferd am Ende. Also, du siehst so ein bisschen zerzaust aus, aber... Also, das war eine wilde Fahrt. Aber es hat geklappt. Okay. Und das Pferd ist, äh, jetzt halbwegs ruhig. Aber... Dann führ ich das mit zu dem Verkäufer und frag ihn, wie viel würde mich das denn kosten? Nee, das ist das gute Pferd. Also, es ist ein sehr starkes und schnelles Tier. Ähm, normalerweise würde ich sagen, könnte man dafür durchaus so ein... 18 Geldschuhe verlangen. Oder vielleicht Jade in entsprechend ähnlichem Wert, weil ihr das habt. Ähm, ich geb ihm Jade im Wert von 200 Leute Stücke. Wow. Der erstaunt nicht schlecht. Und ich halte... Also, ich leg ihm das in die Hand und sag, das sollte... Das sollte durchaus genügen. Ähm, ich schau nur kurz, wie viel kostet nochmal Zaumzeug und so ein Kram. Zaumzeug, Sattel... Ähm... 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 Legt noch ein bisschen was drauf und ihr kriegt auch noch Zaumzeug, Sattel und vielleicht ein paar Satteltaschen, wenn ihr das wollt. Also, in dem Fall, du müsstest ihm jetzt quasi noch 30 dazugeben, dann ist alles drin. Ja, dachte ich mir. Hätte ich ihm auch jetzt gegeben, eure Geldschuhe. Ja. Sag... Bitte sehr. Also... Viel Spaß mit ihm. Und gebt ihm einen guten Namen. Ich werde ihm einen überlegen. Vielen Dank. Für ihr... Äh... Für ihre Bemühungen. Für eure Bemühungen. Ja. Vielen Dank für das Pferd. Ich werde mich... Äh... Gut um ihn kümmern. Empfiehlt mich gern weiter. Ähm... Ich bin schon auf dem Weg nach draußen und wink ihn so über die Schulter. Ja. Ja. Also, dein Pferd wurde relativ schnell dann fertig gemacht und... Du reitest jetzt nicht in den Sonnenaufgang, es ist Mittag, aber ähm... Ja. Auch nicht in den Sonnenuntergang. Aber du hast jetzt ein Pferd und ich glaube, wie lange sind wir jetzt Dom bei der Folge? Ich glaube, das ist jetzt so knappe Stunden, oder? Ähm... Das sind jetzt genau 59 Minuten und 35 Sekunden. Ich denke, das ist ein guter Punkt, oder? Ja. Ich weiß, diese Folge war jetzt sehr stark auf unseren äh... Neu-Samurai bezogen. Aber... Jetzt hat er auch mal seine Momente. Dafür habe ich die letzten Folge gerne viel gemacht. Und äh... Ansonsten... Diese Zeit kann durchaus unser Assassine auch mit Kater verschlafen. Wir haben gar nicht erwähnt, warum Nico nicht da ist. Also wir müssen auch nicht sagen, warum er nicht da ist, aber dass er nicht da ist, sollten wir wenigstens erwähnen. Das ist jetzt spätestens, dass wir das aufgefallen sein. Ja. Das dürfte spätestens jetzt aufgefallen sein, das stimmt. In jeden Fall... Er hat noch Kater und liegt noch neben seinem Maul. Ja. Was auf jeden Fall den äh... Also das Pferd angeht, wenn es dann darum geht, Werte zu ermitteln und sowas für die Pferde, falls das mal wichtig wird. Dann hat deins auf jeden Fall eine höhere Bewegungsweite und eine höhere Stärke. Also das ist halt ein wirklich starkes Tier. Ja. Aber ähm, halt auch ein bisschen schwierig in der Handhabung. Aber du hast es halt hingekriegt, ich sag mal eine 20 beim Reiten, ist eine 20 beim Reiten. Da kann man nicht anders sagen. Also... Das war ja... Super knapp. Ja, es war eine sehr knappe Sache. Und ich sag mal, du bist halt der Einzige, der gesagt hat, ich krieg den wirklich klein. Du bist nicht der, der gesagt hat, hör mal, nach dem ersten Mal, ach nee, das lass ich lieber. Aber... Und... Ja. Obwohl, ich denke, das können wir noch in die Folge nehmen. Du... Also, äh, du kommst aber natürlich auf Samurai, also auf die, das Gelände der Samurai wieder. Und auf dem Übungsplatz ist inzwischen Kenichi beim Üben mit dem Holzschwert. Und was soll ich sagen, werter Herr? Ja, du siehst plötzlich, also an unseren schon seit jungen Jahren Samurai, du siehst dort jemanden, der dir sehr bekannt ist, vorbeikommen auf einem Pferd, das dir auch sehr bekannt ist. Äh... Oh, ihr habt dieses... Diesen... Das aufmüpfige Pferd... Gebändigt, seh ich. Ich hab jetzt erst erwartet, es kommt sowas wie diesen teuflischen Gaul. Dieses Monster von einem Pferd. Ja. Ich bin beeindruckt. Ja, ich hörte bereits, dass ihr auch versucht habt, dieses Pferd zu zähmen. Vielleicht hat das einfach einen besseren Draht zu mir. Also, ich versuch ihnen schon nicht zu sagen, dass ich glaube, dass das nicht drauf hat. Ich versuch's schon so auszudrücken, dass so... Ja, vielleicht hatte ich einfach Glück, so, nach dem Motto. Ja, also... Die Reitschunden scheinen bei euch wirklich gefruchtet zu haben. Meinen Respekt. Vielen Dank. Und dann würde ich mich wieder im Schwertkampf wenden. Die arme Lehrling. Und nach dem Tag, den ich davor hatte, mit meiner wirklich schwachen Leistung mit dem Bogenschießen, gehe ich zum Bogenschießstand. Das muss niemand wissen, warum. Ich gehe einfach zum Bogenschießstand und übe dort das Schießen wieder. Also, diese Folge endet dann damit, dass die zwei Samurai anfangen zu üben. Der Mönch ist am Beten, Meditieren, etc. Die Priesterin staunt die Leistungen der beiden Kämpfer. Unser Ninja erwacht aus einem traumlosen Schlaf mit den Kopfschmerzen seines Lebens. Ungefähr jetzt, um diese Uhrzeit, würde ich sagen, passt das ganz gut. Und fragt sich, warum er so ein paar Kohlfetzen im Mundwinkel hat. Stimmt, der hat den Kohl gekostet, ob der Kohl ist. Ja, genau das. Also dann, ich denke, das ist ein schönes Folgenende. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß. Habt noch was Abschließendes zu sagen, meine Freunde? Nö. Am nächsten Mal ist dann hoffentlich Nico auch wieder dabei. Und dann kriegen wir wieder schöne Kommentare aus dem Off und sowas. Vielmehr war der Charakter bisher nicht gut, wenn man ehrlich ist. Vorbei für lustige betrunkenen Action. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.